Das ist ja total am Einschlafen, mein kleiner Finger, mein kleiner Herbert hier. Das kleine Herbert hört sich falsch an. Ja, ich habe einen großen Herbert und das ist mein kleiner Herbert, verstehst du? Genau so wollte ich das eigentlich sagen. Das sieht stark nach Base aus, wo ich jetzt bin. Ich rieche hier irgendwo eine Base. Die Vermutung hat mich auf jeden Fall schon des öfteren, dass es eine Base ist, ne? Hier ist die Glaskuppel, vielleicht ist hier die Base dran. Ne, Moment, das kenne ich irgendwoher. Fuck, das war das von Dados und Radha. Wann, wie bin ich jetzt hier gelandet? Bin ich voll aufgelandet. Wie gesagt, das passiert einfach immer so, man landet einfach irgendwo immer wieder einfach so. Ist das scheiße. Oh Gott, wo ging es hier raus? Ist jetzt nicht so gut. Ja, ich versuche gerade auch immer irgendwie wieder rauszufinden, aber... War das hier, wo ich hier... Oh fuck, Zombies. Oh, aber so viel Redstone ist hier. Was habe ich gesagt bei den Koordinaten? Weißt du das zufällig noch? 345, ne? 345 und minus 80. Ja, so ungefähr, ja. In die Richtung und in die Richtung. Okay, das heißt, ich muss mal dorthin über. Und ein bisschen nach links, genau. Ich habe mich gerade rechts von mir an der anderen Seite des Lavasees Gravel auf dem Boden gesehen, also halt hingeschmissen, Gravel. Ich glaube, ob das meine war? Ja. Hier ging es raus, ja. Wozu bin ich hier, Alter? Ich bin nicht mehr nach Hause. Hallo? Hallo? Wozu bin ich hier? Ich will mir jetzt gerne die Folge nochmal ganz kurz ansehen, in welche Richtung ich gerade gegraben habe. Aber ich habe mich jetzt gerade wirklich sinnlos verlaufen hier. Ei, ei, ei. Warte, ich versuche mich gerade nochmal zu erinnern. Ich habe mich rechts rum, sprich da langen müsste ich, wenn da die Glaskuppel ist, oder? Da ist doch die Glaskuppel, ne? Ja. Sprich, ich muss wieder einmal um den Lavasee hier rum. Mann, ich grabe nicht mehr falsch bei uns in die Base ran. Ist der Wahnsinn, wie ich das jedes Mal falsch machen kann. Na, ist mir aber auch schon die ganze Zeit passiert. Sprich, hier müsste ich irgendwo. So, Eisen in den Ofen, Gold in den Ofen. Boah. So, dann packe ich mir schon mal den Sattel an, dass ich das dann nicht vergesse. Boah, wo zur Hölle? Von wo komme ich, Alter? Krass, ich will mich ja gar nicht mehr hier zurecht. Ah, wir haben noch einmal sehr gut. Ich bereite mich schon mal vor, ne? Ja. Ich bin mich gerade gar nicht mehr wieder hier. Hier ist wieder ein Strip Mining gegangen. Du hast Überall Protection, hast du gesagt, ne? Bitte? Du hast Überall Protection. Ja. Ja, ich glaube außerhalb auf meinem Kopf. Okay. Ich glaube, dann verzauber ich dir gleich noch einen Diamantschwert und hoffe auf irgendwas Gutes mit Level 8. Na, wie gesagt, ich habe jetzt wieder drei Level. Leider nur, aber warte, ich sehe da hinten. Ah, da bist du. Okay. Gut, sprich, ich bin auch gleich wieder da. Ne, wir haben auch nichts mehr, was wir vermelzen könnten eigentlich. Weil es irgendwie noch Level gibt. Das vielleicht noch. Aber das war's. Boah, wir sind echt nah. Total nah in der Glaskur, wie ich gerade. Ja, das ist wahr. So, zwei Gold noch. Dann haben wir wieder einen OP Apfel. Ah, da kommst du. Nein, ich kann mich jetzt einfach nur hier durch. 72. Und auch gleichzeitig Level 8 bekommen. Dann mache ich jetzt noch ein Diaschwert. Gut. Wo haben die Sticks? Ah, da. So. Irgendwo muss ich doch mal hier rauskommen. Ah, hier. Gut. Und OP Apfel. Dann verzauber ich dir noch das Schwert. Level 8. Ach, das hätte ich wieder zugebaut. Okay. Knockback 1. Wow. Ja, das bringt mir auch so viel in PvP. Komm rein, komm rein. Moment. Ja, Moment. Jetzt gerade wieder mein Finger irgendwie aufwacht. Zum Aufwachen bringen. Das nervt gerade echt richtig krass. Ich lief die ganze Zeit ein. Ah, so. Dann gönn dir noch Eimer und alles, was du noch brauchen kannst. No. Ich habe mir auch schon Lavaeimer geholt. Ich mache mir jetzt noch eine neue Spitzhocke. Boah, die neue Tour ist ja auch wieder wie zugeschissen. Hm. Einen Sattel vergiss nicht. No. Da ist noch ein scharpenes 1 Eisenschwert. So, ich nehme jetzt mal die gute Ausrüstung. Hm. So, einen Sattel habe ich. Brauche ich noch irgendwas? Ein paar mehr Pfeile könnte ich mir noch machen. Da haben wir noch Flint. Da haben wir Federn. Da haben wir Sticks. Ah, ich bin gerade am aussortieren. Hm. Ich bin gerade am Essen mitzunehmen. Dirt kann ich wegtun, die Slime-Wolz kann ich wegtun. Wir haben gar kein Flint mehr, fällt mir gerade an. Hm. Oh, Slime bei wer? Ruther. Ruther. Krass. So. Bisschen mehr Gravel noch. Oh, da ist noch Platz. So, Eimer. Hier habe ich einen Eimer, hier ist ein Wassereimer und hier ist ein Eimer, da möchte ich mir nochmal fixen. Also ich glaube wirklich, Tobi und Cube, die dominieren momentan wieder. Hm. Wohl wahr. So, ich glaube das reicht aber jetzt auch. So, hier, soll ich mir das Knockback-Schwert nehmen, oder? Nimm dir das Sharpness Eisenschwert, das ist besser. Wie viele Pfeile hast du? Gar keinen. So, dann gebe ich dir mal. Wo hast du das Sharpness Eisenschwert reingetan? Sharpness 1, oder? Ja, du hast doch auch eins, oder? Ja, Sharpness 1, ja. Ja, dann nimm dir das einfach. Passt schon. Ist das besser als das Diamantschwert? Ja, ist es. Okay. So, brauchen wir noch irgendwas? Ein paar Blöcke habe ich. Ich habe beide Eimer, ich habe Essen, ich habe den Goldapfel. Der Dynamite ist auch gestorben, der Davos. Ja, Davos ist ja auch schlecht. Hast du einen Sattel? Davos ist ja auch schlecht. Ja, den probiere ich mir direkt jetzt. Okay, passt. Also sprich, das ist jetzt unsere komplett beste... Final Fight. Alles klar. Ich bin soweit. Ja, ich würde mal sagen, ich rauche mir jetzt noch mal ganz kurz ein und wir warten noch mal ein bisschen, damit wir noch mal das letzte Mal ein bisschen in eine Folge strecken können, damit ich noch mal mit einer Folge noch mal ein bisschen Geld verdienen kann. Diese Geldgein YouTuber immer. Ja, ich weiß. Irgendwie muss ich ja auch Geld verdienen. Ich mache ja momentan zwei Monate Pause und ich verdiene ja trotzdem 20 Millionen Euro. Ja. Das ist der Wahnsinn, ist das. So. Du bist auch Partner, ne? Ja. Bei Divimove. Bei Divimove? Wow, wow, wow. Divimove sogar. Jo. Hab von TGN zu denen gewechselt. Ach stimmt was, bei TGN. Bei TGN bekomme ich dauerhaft Anfragen, obwohl ich momentan keine Videos mache. Bist du in einem Netzwerk oder bist du nur über YouTube Partner? Ich bin auch in einem Netzwerk. Welches? Ist N4G, ist mit Mediacraft, ne nicht Mediacraft, wie heißt das nochmal, das größte Netzwerk halt verzweigt. Auf YouTube. Wie heißt das nochmal? Ähm. Ähm. Wieso? Nein. Ähm. Mach hier nimmer. Auch nicht. Ah, wie heißt das nochmal? Media, Media Work, Media, ich, ich kann's dir gleich sagen. Mediacraft gibt's. Mediacraft, genau. Nicht das Deutsche, sondern halt, wie heißt das Deutsche denn nochmal? Mediacraft. Also mit K. Ne, nicht Mediacraft, alter. Äh. Warte, warte, warte. Ich guck einmal ganz kurz, alter. Es geht jetzt echt mal gar nicht klar. Wie zur Hölle heißt dieses scheiß Netzwerk? Also N4GTV, genau, Maker Studios, genau. Okay, kommst du hoch? Jo. Ich warte hier oben so lange. Bringt's eigentlich was beim Schwimmen zu sneaken? Ja, dann sieht man deinen Namen nicht mehr. Aber schneller bist du nicht, aber langsam auch nicht. Also, mach's einfach. Okay. Äh, nutze ich die Gelegenheit nochmal, um einen Schluck zu trinken. Flasche mit einer Hand öffnen, FTW. Das hab ich gelernt aus den ganzen Battle Staffeln. Ja, ich glaub, Ossi hat auch gerade geschrieben von wegen, ob wir noch leben. Beziehungsweise Obwini noch lebt. Ich werd ja... Boah, nein! Ich hab auch geantwortet. Echt? Achso. Jetzt bin ich auch so runtergeflogen. Das erinnert mich gerade an den Ultra Hardcore Sprung. Dann pass los auf. Dann pass los auf. Boah, ich sehe dich. Ich sehe deine Vagina. Oh mein Gott. Ich hab grad... Ja, bewerf mich ruhig mit Stein. Ist okay. Ich hab mir ja schon in meinem Real Life mit Stein beworfen. Soll ich dann Block hinsetzen? Ey! Das war jetzt mega fies. Du darfst am Ende nicht sneaken. Das merk ich selber gerade. Ey, ich schaff es noch innerhalb von 15 Minuten hier hochzukommen. Oh, bisschen in die Folge strecken. Ja, richtig. Sag, Vini möchte auch seine 20 Euro verdienen. Pro Minute. So, ich geh schon mal nach oben. Mhm. Wir haben auch gerade Nacht. Ich glaube, ne, wir haben Tag. Ne, wir haben Tag, ja. Bam 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 bam. Das ist schon wieder Adrenalinzustoß pur. Sprich, wenn ich gleich jemand schlage, muss ich ja aus Versehen gerade pinkeln. So, ich bin schon oben. Pferde hab ich da hinten gesehen in die Richtung. Wen hast du? Was hast du gesehen? Pferde. Pferde? Okay. Schauen wir uns schnell Pferde, wenn es geht. Ansonsten wenn jemand kommt, dann bekämpfen wir den. Ach, Noobschutz ist so schön. Sprich, die sind am Spawn irgendwo. Ja, oder sie haben halt noch ihren Noobschutz, weil sie gerade gestorben sind. Spawnschutz. Bist du hinter mir? Jo, jetzt gleich. Jo, ich sehe dich. Hier vorne habe ich irgendwo Pferde gesehen. Wie lenkt man mit Pferden? Die ist ganz normal, nur die laufen die schon halt schneller und wenn du Leertaste geduld halst, kannst du höher springen, aber das lohnt sich nicht wirklich. Und du läufst mit Pferden halt automatisch über einen Block hohe Sachen drüber. Guck, hier sind direkt zwei Stück. Ich nehme mir mal das, was oben steht. Nimm du das untere. Und immer schön Ausschau halten. Du musst halt mit dem Sattel rechts stehen. Nein, hier ist niemand. Was, wo? Tobe und Qubi. Äh, Pff. Qubi und Tobi. Boah, versteck dich, versteck dich, versteck dich. Sie haben uns nicht gesehen, glaube ich. Na, die laufen in eine komplett andere Richtung. Okay, Pferde holen. Oh, ich komme. Wie zählt man die? Rechtskicken. Warte, ich weiß. Warte, musst du das ohne Sattel oder mit Sattel machen? Mit der Hand einfach. Und die werfen dich dann ab, dann musst du wieder rechtskicken, dann musst du wieder rechtskicken, die ganze Zeit. Irgendwann haben sie dich dann lieb. Und dann musst du den Sattel anbringen. Mit der Faust rechtskicken. Wie gesagt, dass sie mich lieb haben? Mit der Faust rechtskicken. Das mache ich die ganze Zeit. Dann sitzt du kurz drauf, ne? Nee. Nur mit der Faust, du darfst nichts in der Hand haben. Achso. Ich glaube, mein Pferd hat mich schon lieb. Ja, mein Pferd hat mich schon lieb. Ja, es wirft mich die ganze Zeit ab. Ja, das dauert jetzt ein bisschen, dann kommen dann so Herzen und dann hat es dich lieb. Und dann musst du shift, rechtsklick auf das Pferd machen, dann kannst du deinen Sattel reinlegen. Ah, es hat mich lieb. Okay, sprich, jetzt gehe ich runter. Ja, und dann shift, rechtsklick auf das Pferd und dann den Sattel reinlegen oben. Ah, und jetzt reite ich's. Wunderbar. Und jetzt habe ich mein Schwert ausgerüstet und jetzt kann ich auch so schlagen, ne? Da hinten sind... Okay, da vorne ist jemand, ja. Ja, blaze und triple Wii. Ja. Geil und hol sie. Oh, jetzt bin ich auf dem Pferd wieder aufgestiegen. Geh weg, Pferd. Okay, du hast einen. Sehr schön. Der andere haut ab aufs Pferd und hinterher. Hm. Oh, der hat den OP-Apfel, glaube ich. Ja, ich brenne. Ja, der hat den OP-Apfel. Weg? Ja. Ich hab kein Pferd mehr, mein Pferd ist gestorben. Ich lauf jetzt gerade nur weg. Oh, er hat den OP-Apfel. Wir müssen jetzt einfach weglaufen, die ganze Zeit. Wo bist du? Ich bin hinter dir. Aufpassen, der ist immer noch hinter dir. Ich weiß.